Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit einiger Zeit gibt es hier zwei Videos zum Thema Oberflächenbeschaffenheit. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung zu finden. Der Inhalt dieser beiden Videos orientiert sich im Wesentlichen an der Norm ISO 1302 aus dem Jahr 2002. Seit Dezember 2022 gibt es mit der ISO 2129 aber eine neue Norm und die ISO 1302 wurde inzwischen zurückgezogen. Allerdings sind die Inhalte, die in den beiden vorhandenen Videos behandelt werden, immer noch weitgehend gültig. Es gibt aber insbesondere beim Oberflächensymbol und beim Umgang mit dem Oberflächensymbol einige Änderungen, die zu beachten sind. Und auf genau die möchte ich heute eingehen. Viel Spaß dabei! Durch die aktuelle Norm gibt es eine Vielzahl von Änderungen, die insbesondere die Festlegung neuer Kenngrößen betrifft. Darauf werde ich nicht eingehen, weil das den Rahmen dieses kurzen Videos sprengen würde. Ich möchte nur die wesentlichen Grundlagen zeigen, die sich bei der Angabe der Oberflächenbeschaffenheit geändert haben. Der auffälligste Unterschied ist das Oberflächensymbol selbst. Grundsätzlich hat sich dabei zwar fast nichts geändert, aber um das Symbol der aktuellen Norm, von dem der alten ISO 1302 unterscheiden zu können, wird ein kleiner, waagerechter Balken oberhalb des Symbols hinzugefügt. Eine weitergehende Bedeutung hat dieser Balken nicht, sondern er dient tatsächlich nur zur Unterscheidung. Die Handhabung des Symbols selbst ändert sich nicht wesentlich. Es gibt aber einige Punkte, die zu beachten sind. Zunächst einmal gibt es weiterhin verschiedene Positionen am Symbol. Die Angabe des Fertigungszuschlags, der beim alten Symbol links unten gemacht wurde, der existiert nicht mehr. Und unterhalb der horizontalen Linie werden weiterhin der Toleranztyp, der Grenzwert und die Angaben zur Messung bzw. Filterung gemacht. Nach der alten Norm waren zweiseitige Toleranzen, also die Angabe einer oberen und unteren Grenze, stets in zwei Zeilen anzugeben. Nun dürfen die beiden Angaben auch in einer Reihe als Intervallangabe gemacht werden. Über der horizontalen Linie steht das Fertigungsverfahren und es werden die Oberflächenrillen definiert. Eine wichtige Änderung betrifft die sogenannte 16%-Regel, die nun nicht mehr als Default, also als Standard gilt, sondern das ist jetzt die sogenannte Höchstwert-Toleranz-Akzeptanz-Regel. Was heißt das? Da muss ich ein wenig ausholen, da die 16%-Toleranz-Akzeptanz-Regel, obwohl sie bisher als Default galt, nicht allen bekannt ist. Die 16%-Regel besagt, dass eine mit einer Kenngröße festgelegte Oberfläche dann als annehmbar gilt, wenn nicht mehr als 16% aller gemessenen Werte diese Kenngröße überschreiten. Sollte das nicht zulässig sein, also sollte nicht zulässig sein, dass 16% aller gemessenen Werte die Kenngröße überschreiten, dann musste nach der alten Norm die Höchstwert-Regel angewendet werden, indem man max dem Kennwert hinzugefügt hat. Nur dann dürfte keiner der gemessenen Werte den Grenzwert überschreiten. Das hat man nun geändert. Das heißt, die Höchstwert-Regel gilt als Default und der Index max wird gar nicht mehr benötigt. Möchte man weiter die 16%-Toleranz-Akzeptanz-Regel zulassen, muss man das mit der Kenngröße angeben. Eine andere Änderung betrifft die Oberflächenrillen. Diese wurden nach der alten Norm durch eine Angabe am Symbol unten rechts angegeben. Das Symbol hat die Richtung der Rillen in Bezug zur Projektionsebene gesetzt. Es hing also davon ab, in welcher Ansicht das Symbol eingetragen wurde. In meinem Beispiel sind Rillen parallel zur Kante in der Vorderansicht gefordert. Würde man das Symbol in die Seitenansicht verschieben, müsste man dementsprechend Rillen senkrecht zur sichtbaren Kante fordern. Hier schafft die neue Norm mehr Klarheit durch die Einführung von sogenannten Indikatoren. Wie bei anderen geometrischen Produktspezifikationen gibt es einen Bezugselementindikator und einen Schnitt-Ebenen-Indikator, der die Profilrichtung relativ zum Bezug definiert. Diese Angaben werden auf der horizontalen Linie gemacht, gegebenenfalls neben der Angabe für den Fertigungsprozess. Die frühere Position, unten rechts am Symbol, dient nun zur Angabe der Richtung, in der das Profil erfasst werden soll. Beispielsweise senkrecht zur vorherrschenden Schleifrichtung. Das waren jetzt nur einige der wesentlichen Änderungen, die mit der neuen Norm einhergehen. Auf viele weitere bin ich nicht eingegangen, da dieses Video nur eine Aktualisierung der beiden vorhandenen auf meinem Kanal sein soll. In dem Zusammenhang freue ich mich aber natürlich über Fragen und Kommentare. Das liefert mir vielleicht auch die ein oder andere Idee für neue Videos. Für heute bin ich fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.